Was geht ab YouTube Tactics ist wieder back am Start und heute handelt es sich nicht um einen GTA 5 Glitch und ich rede auch ein bisschen leiser, weil es schon ein bisschen später ist, meine Eltern pennen schon und ja, ich muss jetzt hier ganz schnell leise aufnehmen und zwar geht es darum, dass ich schon bald meine 3000 Abos geknackt habe ich gucke nochmal schnell nach, ich habe jetzt 2982 Abos und es fehlen noch genau 18, ja 18, äh Mathe, nein es ist spät es fehlen noch genau 18 Abos, äh Abonnenten zur 3000 Marke also 3000er Marke und ich wollte euch fragen, was ihr als Abo-Special sehen wollt also das mit der Facecam werde ich auf jeden Fall erstmal nicht machen ich weiß nicht, da muss ich mir das nochmal erstmal überlegen auf jeden Fall habe ich mir von Kollegen sagen, also YouTube Kollegen sagen lassen dass ich mal so fragen soll, ob ihr irgendwie Autogramm oder ob ich euch was schicken soll oder keine Ahnung, irgendwie sowas, äh, ob man sich mal treffen kann also, wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt aus Hamburg kommt, kann man sich auf jeden Fall mal treffen ich hab, ich bin jetzt noch nicht so groß, ich weiß es selber keine Ahnung, ob sich überhaupt jemand mit mir treffen will keine Ahnung, ähm, ob ihr euch überhaupt dafür interessiert oder so ich hab echt keine Ahnung Leute, ähm, äh, die meinten einfach mal so, dass ich mal fragen soll also ich, ich hab mehrere Leute gefragt, die meinten ja, der eine meinte, du kannst ja mal Autogrammkarten geben oder, ähm, sich, dich mit denen treffen und Fotos machen, so ein kleines Fantreffen auch wenn dann nur zwei Leute kommen oder so, ich hab keine Ahnung, ähm, werde ich wahrscheinlich aber nicht machen und ja, was, was meinten die denn noch, äh, 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 dass ich mal mit jedem einzelnen Skype, der Bock drauf hat der schreibt einfach seine Skype-ID rein und ich ruf den dann einmal an und der darf mir dann eine Frage stellen irgendwie sowas, kann ich mir auch gut vorstellen Livestream würde ich sehr gerne, aber da reicht meine Internetleitung nicht und, äh, die Leistung vom PC und alles, also, ähm, das kann noch ein Weilchen dauern ja, und, äh, sonst, äh, weiß ich gar nicht ansonsten könnt ihr euch mal eure, äh, Beispiele oder Vorschläge in die Kommentare reinballern ich lese mir das alles auf jeden Fall mal durch, ähm, wenn ich nicht beantworte, dann liegt es einfach daran dass ich mich zur Zeit auf meinem Handy nicht bei YouTube anmelden kann und allem weil da hab ich mal unterwegs eigentlich immer direkt, äh, ja, die Fragen beantwortet und so das funkt irgendwie nicht mehr, keine Ahnung warum, der nimmt meine E-Mail-Adresse nicht an spackt total rum, aber ich hol mir eh bald ein neues Handy, deswegen wird wahrscheinlich das iPhone 6 aber, da weiß ich noch nicht ganz genau Bescheid ansonsten war es das für dieses Video, ähm, ja, schreibt es mal alles in die Kommentare ich bin gespannt, ich lese mir das auf jeden Fall durch morgen, wenn ich, ja, in der Schule bin, lese mir das alles durch und, ja, schreibt eure Vorschläge auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so als Abo-Special sehen wollen würdet und ich kann auch so ein kleines Setup-Video machen, kann ich auch auf jeden Fall machen, wäre auch cool und ansonsten sage ich, ja, bewertet das Video, positiv natürlich, ansonsten abonnieren nicht vergessen damit wir die 3000er Marke endlich knacken und ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video Ciao und Tschüss und bis zum nächsten Mal